Jo, servus Leute, jetzt führe mich den Güterzug durch, weil den Kostkotzenburg, Leute, das ist der BR 187er... 188er Zug ist es, Leute, da ist er schon. So, Leute, ich hoffe, es hat euch mal ein Video gefallen, wenn euch das gefallen sollte, gebt einen Daumen hoch oder abonniert mich, ich habe es noch nicht in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao!